Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und es ist mal wieder Sonntag, Zeit für die Nutzerfragen. Und ich habe mir heute nur eine Nutzerfrage rausgepickt, weil sie etwas komplizierter ist, etwas umfangreicher ist und weil sie so relevant für alle YouTuber ist. Ich habe die Nutzerfrage bekommen, was ist eigentlich mit dem Portal Free Stock Music? Ist das legal und ist die Nutzung legal? Bei Free Stock Music bekommt man Musik, die man auch in YouTube-Videos verwenden kann und das sogar kostenlos. Allerdings haben einige YouTuber jetzt einen Strike bekommen oder eine Mitteilung, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wegen Verwendung von Free Stock Music Musik. Das jedenfalls war zunächst mal der Vorwurf, mit dem wir unter anderem auch von verschiedenen Nutzern angesprochen worden sind. Hey, kann das denn wirklich wahr sein? Und dann haben wir uns die Lizenzen mal genauer angeschaut von freemusic.com. Also es ist tatsächlich so, dass man dort eine Lizenz bekommt zur Nutzung des Werkes und zur Schaffung eines neuen Werkes. Das heißt, man soll die Musik nicht als solche alleine stehend verwenden, sondern man soll ein neues Werk daraus machen, zum Beispiel eben, indem man ein Video damit hinterlegt. Und man soll auch nicht dieses Video, die Musik alleine weiter an andere verteilen. Man kann zwar, so lesen wir die Nutzungsbedingungen bei YouTube nutzen, aber bitteschön nicht diese Musik weiter verteilen. Die soll also immer nur von Free Stock jeweils weiter gegeben werden. Und dann haben wir geguckt, wie kann das denn sein? Warum wird da abgemahnt? Und wir haben tatsächlich dann wahrscheinlich des Rätsels Lösung gefunden. Es ist so, dass einige Nutzer mit Musik von Free Stock Music ein neues Werk geschaffen haben, ein neues Musikwerk. Und die haben jetzt gesehen, okay, diese Musik, die ist auf YouTube noch bei anderen Videos hinterlegt worden. Also das komplett neu geschaffene Musikstück inklusive der darin enthaltenen Free Stock Music Schnipselchen. Dieser neu komponierte Song wird wiederum eingepflegt in das Content-ID-System von YouTube. Und jetzt scheint YouTube nicht nur zu gucken, ob dieses gesamte Musikstück kopiert worden ist, sondern auch Schnipselchen daraus. Schnipselchen daraus stammen aber wieder von Free Stock Music. Die dürftet ihr rechtmäßigerweise verwenden. Und deswegen sagt auch Free Stock Music, wir werden euch dafür nicht abmahnen und ihr könnt auch keine Abmahnung dafür bekommen, denn wir haben euch ja genau diese Schnipselchen erlaubt. Offenbar funktioniert hier das Content-ID-System von YouTube nicht ganz korrekt. Also, unser Tipp grundsätzlich, Free Stock Music ist eine gute Geschichte. Ihr dürft das verwenden, ihr dürft damit eure Musik für YouTube-Videos erstellen und müsst euch aber im Klaren sein, dass eventuell das als Urheberrechtsverstoß geahndet wird, wenn auch fälschlicherweise. Es ist kein Urheberrechtsverstoß, es liegt dann eher an der Technik des Content-ID-Systems. Soweit diese längere Nutzerfrage. Es würde mich freuen, wenn ihr weitere Nutzerfragen hier posten könnt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.